Der hätte sich auf die Kathedra hocken können und er hätte dieses Dogma erlassen können. Das macht Pius XII. erstaunlicherweise nicht. Er versucht so viel Konsens wie möglich zu generieren. Also er sammelt die Petitionen, er befragt die komplette Welt, er lässt die Kardinäle nach Rom kommen. 700.000 Gläubige sind auf dem Petersplatz. Da ist also irgendwie dieser Diplomat Pacelli, der absolut verhindern will, dass eine absolutistisch gefällte Entscheidung irgendwie im Raum steht. Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe. Zu den Fragen unserer Zeit. Unfehlbar? Neues aus den Vatikanarchiven zum Mariendogma von 1950. Ihr seid bei Mit Herz und Haltung gelandet, dem Podcast der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz. Ich bin Daniel Heinze, herzlich willkommen. Viel wurde in den vergangenen Jahrzehnten über die Unfehlbarkeit des Papstes diskutiert. Dabei wurde sie seit dem Ersten Vatikanischen Konzil, das diese Unfehlbarkeit beschlossen hat, erst ein einziges Mal in Anspruch genommen. Nämlich am 1. November 1950. Da hat Pius XII. Ex-Kathedra das Dogma der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel verkündet. Was sind die Hintergründe gewesen? Und warum hat der päpstliche Notar einen Aktenvermerk zu einem offensichtlichen Lapsus des Papstes gemacht? Steht mit einem Formfehler das Dogma und letztlich das Konzept Unfehlbarkeit in Frage? Darüber spricht hier und heute Stefan Orth. Er ist der Chefredakteur der Herder-Korrespondenz. Mit dem Kirchenhistoriker Matthias Daufratshofer. Der hat lange in den römischen Archiven geforscht und für das Aprilheft der Herder-Korrespondenz den ganzen Fall aufgerollt. Er sieht im Handeln von Pius XII. übrigens auch interessante Hinweise darauf, wie Lehrentwicklung heute in der katholischen Kirche möglich ist. Immerhin waren die an sich notwendigen Beweise aus Schrift und Tradition für die leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel mehr als dürftig. Papst Pius XII. und die Sache mit dem Mariendogma. Jetzt bei Mit Herz und Haltung. Herr Daufratshofer, der Vatikan ist in den vergangenen Jahrzehnten ja etwas freigiebiger geworden, was den Zugang zu den eigenen Archiven angeht. Sie haben in den römischen Archiven zur Entstehung des Dogmas der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel geforscht. Worin besteht denn die Bedeutung dieses Dogmas, dessen Verkündigung ja durchaus aufwendig inszeniert worden ist? Ja, absolut. Also im Wesentlichen besteht, glaube ich, die Forschung zum Mariendogma aus zwei Gründen. Zum Ersten, die Forschung zu einem Mariendogma war bis vor Kürzem überhaupt gar nicht möglich. Und der zweite Grund, beim Mariendogma von 1950 handelt es sich eigentlich um eine kirchenhistorische Premiere. Vielleicht schauen wir zuerst mal auf den ersten Punkt, Kürz. Sehr gerne, ja. Es ist eigentlich das erste Mal, dass zu diesem Mariendogma kirchenhistorisch, also das heißt, quellenbasiert geforscht werden kann. Bis jetzt war das schlicht und ergreifend überhaupt gar nicht möglich. Das heißt, die Hintergründe des Dogmas waren für uns wie so eine Blackbox. Es gibt zwar dogmatische, mariologische Auseinandersetzungen, aber eben keine quellenbasierte Forschung. Und der Grund war dafür die Vatikanische Archivpolitik. Das hat sich schlagartig geändert, als Papst Franziskus vor vier Jahren die Vatikanischen Geheimarchive für die Forschung freigegeben hat. Und das war quasi so der Game Changer für uns, der Game Changer für die kirchenhistorische Forschung, wo plötzlich 16 Millionen neue Dokumente für uns zur Verfügung gestanden sind. Erstmals können also neben den spannenden politischen Fragen auch theologische und lehramtliche Fragen des langen Pacelli-Pontifikats erforscht werden. Also das heißt, wie sind eigentlich die Entstehungsgeschichten von Entzücklichen verlaufen, aber auch eben des Mariendogmas. Wir können also hinter die Kulissen des Lehramts blicken, hinter die hohen Mauern des Vatikans. Bis jetzt kannten wir nur die gewaltige Inszenierung. Also Pius XII, der hat ja damals 1950 wirklich eine meisterhafte Inszenierung hingelegt. Und die Beobachter und Beobachterinnen haben gemerkt, hier passiert irgendwie wahrhaft Göttliches. Und es sollte mehr oder weniger gezeigt werden, der Heilige Geist spricht aus dem Mund des Pontifex. Aber durch die Akten sehen wir, es steckt natürlich eine ganz menschliche Vorbereitung dahinter. Also wir können jetzt Fragen auf den Grund gehen. Wie lange dauert eigentlich diese Vorbereitung? Wer steckt dahinter? Wer waren die Akteure? War's der Papst alleine? Und diese Fragen? Was waren da so die wichtigsten Schritte? Wann ging das los? Wie lief diese Vorbereitung eines solchen Dogmas ganz konkret ab? Ja, es ging eigentlich schon im Jahr 1939 los. Und das ist spannend. Also Pius XII. ist ja am 2. März 1939 zum Papst gewählt worden. Und schon da hat er seiner Entourage, also seinen wichtigsten Leuten um sich herum mitgeteilt. Er will die Assumptio, also die leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel, dogmatisieren. Wohlgemerkt, die Dogmatisierung erfolgte erst 10 Jahre später. Im Herbst 1939, parallel zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, hat er dann im Heiligen Offizium, also in der zuständigen Kurienbehörde, diesen Prozess angestoßen. Das war schon selbstverständlich alles unter der höchsten päpstlichen Geheimhaltungsstufe, dem sogenannten Secretum Sancti Offizii. Und jetzt kann man mehr oder weniger sechs Stufen ausmachen, die die Vorbereitung dieses Dogmas durchläuft. Also zunächst sind einfach mal Studien angestoßen worden. Man hat geschaut, ist das Dogma überhaupt zu definieren? Und man hat in die Archive geschaut. Denn seit dem 19. Jahrhundert sind sage und schreibe 6,5 Millionen Petitionen nach Rom geschickt worden. Das war so die erste Stufe. Für die zweite Stufe hat der Papst eine geheime Spezialkommission eingesetzt und die sollten prüfen, ist es überhaupt opportun, dieses Dogma zu erlassen. Das durchlief dann unterschiedliche Gremien, Konsultoren, Theologen, Kardinäle. Und die Kardinäle stimmten schließlich dafür und haben dem Papst ein Votum vorgelegt, dass er doch die Bischöfe weltweit befragen solle. So nochmal als Sicherheitsstufe. Wenn ich da kurz einhaken darf. Und gab es da denn auch Einwände? Gab es da sozusagen Kritiker, Stimmen, die gesagt haben, das ist keine so eine gute Idee, dieses Dogma jetzt zu verkünden? Ja, das ist eine ganz spannende Frage und das hat mich natürlich auch besonders interessiert. Es gab Einwände und es gab ganz, ganz massive Einwände auf der unterschiedlichen Ebene. Es hat kirchenpolitische Einwände gegeben, weltpolitische Einwände, ökumenische Einwände und inhaltliche Einwände. Also es ging schon los, dass über die Opportunität des Dogmas ganz generell gestritten worden ist und all das können wir im Archiv nachlesen. Also das heißt, da gab es Konsultoren, die sagen, natürlich, wir stehen hinter dem Dogma, aber es gab auch eine ganze Reihe von Konsultoren, die sagten, nee, wir stehen da nicht dahinter. Oder wieder andere, die sagen, okay, persönlich begrüßen wir eine Dogmatisierung, objektiv gibt es aber keine Notwendigkeit. Ein zweiter Punkt, der ganz stark diskutiert worden ist, ist die Frage, wie dogmatisieren wir eigentlich? Es lagen zwei Optionen auf dem Tisch, entweder dogmatisiert ein ökumenisches Konzil, dann müssen wir aber ein Konzil einberufen oder der Papst macht es alleine. Spannend ist, die meisten Konsultoren plädierten dafür, dass ein Konzil zeitnah nach Ende des Zweiten Weltkrieges einberufen werden sollte. Da war der Papst aber dagegen, er wollte es alleine machen. Es gab ökumenische Bedenken, aber da meinten die Konsultoren ganz lapidar, die Reaktionen der Protestanten, die sollen einfach angemessen ignoriert werden, dann werden sie schon vergehen. Auch weltpolitisch heikel, einer meinte, es könnte eventuell eine eisige Stimmung in der Welt hervorrufen, wenn irgendjemand mitbekommt, dass wir jetzt während des Krieges eine Dogmatisierung vorbereiten. Und dann hat es ganz massive inhaltliche Bedenken gegeben, vielleicht können wir danach noch im Gespräch drauf kommen, also die Frage, wie wird ein Dogma eigentlich begründet? Ich würde gerne bei dem Stichwort Konzil einmal ganz kurz einhaken, das heißt doch im Prinzip, dass die Idee, so etwas wie ein zweites Vatikanisches Konzil einzuberufen, offensichtlich dann nochmal deutlich älter ist, als dass es nur die Idee von Johannes dem 23. war, dann relativ plötzlich zu sagen, wir machen ein Konzil. Kann man das sagen, dass sozusagen über ihre Funde in den Archiven im Grunde belegt ist, dass es auch schon zehn Jahre vorher oder also in einem Zeitraum vorher die Idee zu einem Konzil gab, dass das offensichtlich irgendwie auch in der Luft lag? Ja, definitiv. Also das war bisher in der Forschung auch schon bekannt, also das heißt, Pius XII. hatte Konzilspläne, die waren sogar sehr, sehr konkret. Also ich habe die Vorbereitungsakten auch mir angeschaut, die gingen 1948 los. Der Unterschied war aber, dass es ein komplett anderes Konzil hätte werden sollen. Das war quasi die Fortsetzung des ersten Vatikanums. Also das heißt, das Adjournamento, das wir von Johannes dem 23. dann später kennenlernen sollten, das war da noch nicht grundgelegt. Warum ist es denn jetzt dann trotz der Einsprüche, die es gab, zur Dogmatisierung der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel gekommen? Was waren die weiteren Schritte, bis es sozusagen soweit sein konnte? Das ist ganz spannend. Der eine Punkt ist einfach der Papst selber. Der Papst wollte dieses Dogma und das heißt, er hat alle Schritte sehr, sehr positiv begleitet und immer wieder ein positives Votum gegeben. Und das zweite und vielleicht noch wichtigere ist die Mitarbeit und vielleicht die Hartnäckigkeit der Konsultoren, der Theologen, vor allem der deutschen Jesuiten. Also es hat in dieser ganzen Vorbereitungszeit sehr viel Zwischte, es hat sehr viel Streit, sehr viele Reibereien gegeben. Aber es waren vor allem deutsche Jesuiten, ich möchte zwei hervorheben, Franz Hürth und Augustin Bea, die federführend daran beteiligt waren, dass das ganze Projekt dann doch erfolgreich zum Ende gekommen ist. Als wir nämlich 1949, also ein Jahr vor der Dogmatisierung waren und da musste dann die Dogmatisierungsbulle erstellt werden mit dem lateinischen Namen munificentissimus deus. Es hat wiederum eine Spezialkommission erstellt und da ist ein ganz, ganz großer Streit entfacht, wie begründen wir dieses Dogma. Und da war Hürth und Bea waren diejenigen, die Argumente gesucht haben, die die ersten drei Entwürfe völlig weggewischt haben, die neue Entwürfe erstellt haben. Das heißt, ohne die Jesuiten hätte am Schluss der Dogmatisierungstext so gar nicht hätte stehen können. Sie haben vorhin schon angedeutet, dass es ja durchaus auch eine Frage ist, wie jetzt konkret so eine Dogmatisierung erfolgt. Was muss sozusagen vorausgesetzt sein, um dogmatisieren zu können und wie lief das in diesem Fall ganz konkret dann? Also wir haben ja seit dem Konzil von Trient die Vorgabe, dass ein Dogma, also dass eine Wahrheit des katholischen Glaubens, sowohl in der Heiligen Schrift als auch in der Tradition verankert sein muss. Also dieses berühmte Et-Et. So, wenn wir uns jetzt das Mariendogma, also die leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel anschauen, dann haben wir ein großes Problem. Es ist sehr problematisch. Wir haben sowohl keinen klaren Schriftbeleg einerseits und andererseits haben wir keinen klaren Traditionsbeleg. Also das heißt, die ersten acht Jahrhunderte, da schaut es ziemlich dusch da aus in Bezug auf die Assumptio. Das heißt, die Konsultoren, die Theologen haben versucht, das Dogma anderweitig zu begründen und haben das auch geschafft. Also das heißt, die sind weggekommen von diesen Trient der Vorgaben und haben gesagt, okay, wir befragen doch einfach mal den Weltepiskopat. Also das heißt, wir befragen alle Bischöfe weltweit, ob sie für eine Dogmatisierung stimmen. Und das Ganze ist passiert und sage und schreibe 98,2 Prozent aller Bischöfe haben dieser Dogmatisierung dann zugestimmt. Das ist eigentlich das Hauptargument. Das heißt, wir haben jetzt plötzlich dieses lebendige Lehramt, diese fast 100 Prozent und dieses Lehramt, dieses lebendige aktuelle Lehramt, begründet das Dogma. Das ist das eine. Und das zweite ist das Sensus Fidelium. Der ist stark, den kennen wir ja vom zweiten Vatikanum. Und dieser Sensus Fidelium ist von den Theologen sehr stark gemacht worden. Also das heißt, die Millionen Petitionen, die da in Rom eingegangen worden sind, die waren einfach beweiskräftig, dass das Dogma natürlich zu dogmatisieren ist. Meine ganz konkrete Frage, wie gehen Sie als Forscher da eigentlich vor? Es sind wohl 25 Regalmeter Archivmaterial gewesen. Wo fängt man da an und wie muss man sich das vorstellen? Ja, das ist eine ganz, ganz spannende Frage und das, was mich natürlich in Rom bei meiner Arbeit bewegt. Also zunächst ein paar Takte zur Archivsituation im Vatikan. Es gibt jetzt nicht das eine große vatikanische Archiv, sondern es gibt eine ganze Fülle von Archiven. Es gibt das große vatikanische apostolische Archiv. Das hieß früher Vatikanisches Geheimarchiv. Daneben gibt es ein Archiv des Staatssekretariats, des Archivs des Dikasteriums für die Glaubenslehre, der Propaganda Fide und ganz, ganz viele Ordensarchive, wie zum Beispiel der Jesuiten oder der Dominikaner. Das heißt, wir haben über die ganze Stadt Rom verstreut Archive in unterschiedlichen Gebäuden und das macht natürlich die Forschung unendlich kompliziert. Also unterschiedliche Öffnungszeiten, unterschiedliche Regularien. Ich selber bin eigentlich auf Umwege, auf meinen Quellenbestand gekommen, den ich jetzt bearbeitet habe. Ich habe, und das hängt ganz eng mit meiner Doktorarbeit zusammen, ich habe geforscht zu Franz Hürth als Holy Ghost Writer von Pius XI und Pius XII und bin da im Privatnachlass von Franz Hürth im Uniarchiv der Gregoriana auf einen grandiosen Fund gestoßen. Es war quasi ein Zufallsfund und der hat sich für mich so als Goldgrube entpuppt. Nämlich in seinem Privatnachlass liegen Entwürfe von ganz, ganz vielen päpstlichen Dokumenten, also moraltheologischen Ansprachen des Papstes. Da sieht man quasi den O-Ton des Papstes, Korrespondenzen von Hürth mit Pius XII. auf Deutsch sogar. Und da liegt eine Mappe auch zum Mariendogma. Das heißt, ich habe da plötzlich so einen sekundären Quellenbestand gehabt und wusste bei der Archivöffnung, der primäre Quellenbestand muss natürlich im Dikasterium für die Glaubenslehre sein, also die kompetente Kurien-Einrichtung. Da habe ich nachgefragt. Im Findbuch war zuerst nichts zu finden. Der dortige Archivar hat dann gemeint, okay, es ist noch nicht verzeichnet, ich kann es trotzdem einsehen. Und dann hat sich plötzlich eröffnet, dass es ein eigenes Spezialarchiv dort für das Mariendogma gibt. 25 Regalmeter, wie Sie ja gerade schon gesagt haben. Ja, und wie gehe ich da vor? Ich bin bewaffnet mit einem Laptop und schreibe ganz, ganz viele Akten ab, weil Fotografieren mit dem Handy ist verboten. Eine Archivkopie kostet zwei Euro. Das würde mich also arm machen, wenn ich da durchscannen lassen würde. Das heißt, ich schreibe die relevanten Akten ab, mit der Schwierigkeit, dass ganz viel handschriftlich ist, einerseits und in den unterschiedlichen Sprachen natürlich. Also Latein, Italienisch, Französisch. Genau, und die Hauptarbeit ist dann zu Hause am Schreibtisch in Münster, wo ich versuche, diese ganz kleinen Puzzleteile zu einem Gesamtbild zusammenzufügen, also wo ich eigentlich so historisches Storytelling betreibe. Und wie lange waren Sie dann da in Rom in den Archiven? Wie muss man sich das vorstellen? Also für die Doktorarbeit war ich natürlich längere Zeit in Rom, aber jetzt für den Archivfund war ich insgesamt sechs Wochen da, vor allem eben in der Glaubenskongregation, habe aber auch im Vatikanischen Apostolischen Archiv, da sind auch Bestände zum Mariendogma noch geforscht, also ungefähr sechs Wochen. Sie haben jetzt vorhin ja schon gesagt, dass im Grunde bei der Dogmatisierung der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel es durchaus auch sowas wie Invention of Tradition gegeben hat, weil Bischöfe befragt worden sind, der Sensus Fidelium eine größere Rolle gespielt hat als vorher, weil es diese vielen Petitionen gab. Was ergeben sich denn daraus für Perspektiven heute, wenn man an das Stichwort Dogmenentwicklung denkt? Ja, also es geben sich Perspektiven zunächst nochmal einen Punkt zu dieser Invention of Tradition. Kann man ja übersetzen als finden, wiedererfinden oder als erfinden. Und Pius XII, der hat meines Erachtens zwei Punkte hier neu erfunden. Nämlich er hat zum einen das Unfehlbarkeitsdogma von 1870 komplett neu erfunden, denn nach 1870 hätte er eigentlich selber von sich heraus und nicht aufgrund der Zustimmung der Gesamtkirche einfach dogmatisieren können. Das heißt, er hätte sich auf die Kathedra hocken können und er hätte dieses Dogma erlassen können. Das macht Pius XII erstaunlicherweise nicht. Er versucht, so viel Konsens wie möglich zu generieren. Also er sammelt die Petitionen, er befragt die komplette Welt, er lässt die Kardinäle nach Rom kommen. 700.000 Gläubige sind auf dem Petersplatz. Da ist also irgendwie dieser Diplomat Pacelli, der absolut verhindern will, dass eine absolutistisch gefällte Entscheidung irgendwie im Raum steht. Das ist das eine. Und das zweite erfindet er neu die Begründungsinstanzen eines Dogmas. Statt heiliger Schrift und Tradition gibt es jetzt, wie Sie gerade eben gesagt haben, den Sensus Fidelium und dieses lebendige Lehramt. Beim Sensus Fidelium muss man sicherlich kritisch nachfragen, ist dieser Sensus nicht eher für päpstliche Interessen instrumentalisiert worden? Ja, und die Perspektiven für heute im Jahr 2024, also einerseits sieht man sicherlich, dass wenn der Papst es für nötig hält, kann er auch Veränderungen anstoßen. Nummer eins. Und das zweite, ich bin natürlich der Historiker. Und ich als Historiker verkünde jetzt keine ewigen Wahrheiten im Gegensatz zu anderen. Ich will einfach mal so eine wissenschaftliche Perspektive aufmachen. Und spannend wäre es, deinen innertheologischen Diskurs mit Lehrrechtlern zu kommen, mit Dogmatikern, wo man überlegt, okay, was haben wir da eigentlich in dieser Schatztruhe der Kirchengeschichte? Und was bedeutet das für Theologie, für Kirchenpolitik, für Lehramt heute im Jahr 2024? Sie haben ja dann auch als Historiker festgestellt, dass es einen durchaus gravierenden Fehler gegeben hat bei der Dokumatisierung der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel. Ja. Was war dieser Fehler? Das war ein absoluter Überraschungsfund. Ein verblichenes DIN A4-Blatt mit Maschine geschrieben auf Italienisch. Die Überschrift über diesem Blatt hieß Notiz über das, was der Heilige Vater während der Zeremonie der Definition mündlich gesagt hat. Dieses Blatt hat der Notar des Heiligen Offiziums, der hieß Mario Grovini, am Nachmittag des Dogmatisierungstages, also am 1. November 1950, abgefasst. Und Grovini notiert, dass der Papst bei der Dogmatisierung auf seiner Kathedra ein ganz, ganz entscheidendes Wort vergessen hat. Nämlich, der Papst sprach die berühmten Worte, wir verkünden, erklären und definieren, es ist von Gott geoffenbarte Glaubenslehre, dass die unbefleckte Gottesgebärerin und immerwährende Jungfrau und im Text stand eigentlich Maria, aber dieses Maria vergaß er, eben dann in den Himmel aufgenommen hat. Also Pius XII. und das notiert, der Notar hat in seiner Ex-Kathedra gesprochenen Definition das Wort Maria, also eigentlich das theologisch wichtigste Wort seines Pontifikats, schlicht und ergreifend unterschlagen. Er beging, wie Grovini notierte, einfach einen Flüchtigkeitsfehler. Dieser Fehler, und auch das betont Grovini in seiner Notiz, lag nicht beim Heiligen Offizium, sondern beim Pontifex selber. Spannend für mich jetzt als Kirchenhistoriker ist, wenn es nur ein sprachlicher, vielleicht zu vernachlässigender Lapsus gewesen wäre, dann hätte es der Notar wahrscheinlich gar nicht extra notieren müssen. Ich habe mir selber dann die Originalaufnahmen auch noch angeschaut, bei YouTube sind die ja nachzuhören und wirklich Pius XII. spricht das Wort Maria nicht. Mich hat es dann gewundert, dass da noch nie jemand davor draufgekommen ist, aber das heißt, das entscheidende Wort hat Pius XII. vergessen. Warum? Ja, das ist die Frage. Warum? Beziehungsweise man kann ja auch, wenn man da kritisch drauf guckt, sagen, naja, wir kennen in der Theologie, vor allen Dingen im Kirchenrecht, die Kategorie des Formfehlers. Wenn jetzt sozusagen dieses einzige Dogma, das nach 1870 mit päpstlicher Unfehlbarkeit verkündet wurde, nicht gültig wäre, wäre das ja durchaus ein interessantes Schlaglicht auf die gesamte Diskussion um die Unfehlbarkeit des Papstes. Ja, definitiv. Aber zunächst muss ich mal ganz klar und deutlich sagen, der Kanonist und der Kirchenrechtler, die sagen natürlich, an der Gültigkeit des Dogmas ändert dieser Fund überhaupt nichts. Also denn rein kirchenrechtlich und lehrrechtlich ist die Sachlage klar. Der Papst hat eine Dogmatisierungsbulle unterschrieben und in dieser Dogmatisierungsbulle steht Maria drin. Also das heißt, dieser amtliche Text, der auch in den Akte Apostolikeseh des veröffentlicht wurde, das ist der maßgebliche Text. Also bloß, dass hier jetzt keine Missverständnisse auftauchen. Aber wenn wir jetzt rein kirchenhistorisch draufschauen, dann kann man doch nochmal festhalten, dass der Papst, wie Sie gerade gesagt haben, im entscheidenden Moment die Hauptprotagonistin Maria einfach vergessen hat. Und man kann hier einfach mal fragen, gilt hier nicht doch das gesprochene Wort? Da kann man dann überlegen. Und ich als Historiker kann jetzt einfach mal nur Fragen stellen. Also welche Vorgaben müssen eigentlich für eine päpstliche Kathedralentscheidung erfüllt sein? Wenn wir in den Text von Pastor Aeternus von 1870 schauen, dann steht da drin, der römische Bischof spricht ex cathedra, also das lateinische Wort loquitur. Also muss es dann nicht bei einer Ex-Cathedra-Entscheidung sich stets um einen päpstlichen Sprechakt handeln? Schauen wir auf das ordentliche Lehramt, dann wissen wir, also wenn der Papst Enzykliken verlässt, hier reicht vollkommen seine Unterschrift. Wenn er aber sein außerordentliches Lehramt ausübt, also das heißt, wenn er ein Dogma erlässt, dann muss das Ex-Cathedra geschehen. Aber nochmal, was heißt das eigentlich genau? Die Kanonisten sagen, ein expliziter päpstlicher Sprechakt ist hier nicht unbedingt notwendig. Sie sagen, der Papst würde auch sprechen, wenn er nur die Schriftform wählt. Aber da frage ich mich, wieso hat es dann der Notar des Heiligen Offiziums überhaupt notiert? Also war der ein absoluter Skrupulant? Also irgendwie war Corvini dann doch verunsichert. Was macht dieser Fehler? Hat es vielleicht doch Auswirkungen? Da habe ich noch keine Antworten und da würde ich mich gerne mal mit dem Dogmatiker oder auch mit einem Lehrrechtler intensiv drüber unterhalten. Also ich als Kirchenhistoriker kann einfach mal so mögliche Indizien und Plausibilitäten in den Raum werfen. Ganz klar ist aber, für den Papst gelten ganz eigene kommunikative Gesetze am Ende. Er spricht auch, wenn er nur schreibt. Das klingt ja wirklich so, dass Sie da was ganz Interessantes gefunden haben, das Fragen aufgeworfen hat, die erst in Zukunft sozusagen innerhalb der Theologie im Konzert der verschiedenen Disziplinen und Fächer beantwortet werden können. Eine letzte Frage. Haben Sie denn jetzt bei diesen Forschungen wieder zufällig andere Dinge gefunden, wo Sie sagen, das ist so interessant, da will ich jetzt in Zukunft dem mal nachgehen und wieder nach Rom fahren, in sechs Wochen in den Archiven gucken, was ich sonst noch finde? Was sind so Ihre nächsten Pläne? Ja, gute Frage. Am liebsten würde ich für fünf Jahre nach Rom, da ist so viel Material. Ich habe unterschiedliche Sachen gefunden. Also wenn wir jetzt mal in der Glaubenskongregation bleiben, dann würde ich natürlich gerne noch beim Mariendogma weiterforschen und fragen, wer war denn eigentlich jetzt gegen die Dogmatisierung? Was waren die Beweggründe? Das konnte ich noch gar nicht einsehen. Dann habe ich da in der Glaubenskongregation auch Akten gefunden zum Thema Intersexualität, Thema drittes Geschlecht, Hermaphroditismus ist 1942 verhandelt worden, mitten während des Krieges. Hochspannend. Dann Themen der Buchzensur, da ist Don Camillo verhandelt worden oder auch die Philosophin und Feministin Simone de Beauvoir mit dem anderen Geschlecht. Und da würde ich gerne reinschauen und ein größeres Projekt, das sich gerade betreibt, das ist eher politisch, das sind die deutschen Bischofsstuhlbesetzungen zwischen 1945 und 1949. Also die Frage, was passiert eigentlich nach Ende des Zweiten Weltkrieges, Stunde Null, es gibt keine Staatlichkeit mehr in Deutschland, gelten da eigentlich nur die staatskirchenrechtlichen Verträge, gelten die Konkordate noch? Wie werden Bischöfe ernannt? Und es wird ziemlich schnell konkret, 47, Kardinal von Galen in Münster stirbt. Wie gibt es hier einen neuen Bischof? Und da habe ich die Akten gefunden, vor allem im Staatssekretariat. Und da bin ich gerade dabei, ein Buch abzuschließen, also politisch hochspannend. Ja, das ist ja wirklich ein ganzer Strauß an sozusagen unterschiedlichen Themen und Pferden, die Sie da verfolgen können. Ich bin sehr gespannt, was wir dann mit dem Buch Buch über Bischof Graf von Galen, aber auch zu den anderen Themen von Ihnen hören und lesen werden. Herr Daufratspuffer, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Sehr, sehr gerne. Ich sage auch vielen Dank für die Einladung. Stefan Ort im Gespräch mit dem Kirchenhistoriker Matthias Daufratshofer. Dessen Artikel findet ihr im Aprilheft der Herder Korrespondenz. Und wie er da rankommt, das steht in den Shownotes, also im Begleittext zu dieser Folge. Wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann unterstützt uns bitte. Zum Beispiel durch eure Kommentare oder Gedanken zum Thema auf Instagram oder Facebook oder per E-Mail. Abonniert uns gern im Podcast Player eures Vertrauens. So verpasst ihr nichts mehr von dem, was wir uns für euch so ausdenken. Und das ist und bleibt natürlich kostenlos. Und wenn ihr mögt, dann beschenkt uns mit einer 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify. Da freuen wir uns und der Algorithmus freut sich ebenfalls. Und schließlich empfehlt uns gerne weiter. Verbreitet die frohe Kunde, das es uns gibt bei Menschen aus eurem Bekanntenkreis, die sich für die Themen unseres Podcasts interessieren. Vielen Dank für eure Treue und für euren Support. An dieser Folge mitgearbeitet haben Annika Schmitz, Stefan Ort und ich. Ich bin Daniel Heinze. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder Korrespondenz. Ein Angebot der Katholischen Akademie und der Herder Korrespondenz. Ein Angebot der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen